Um Leute mit einem Code hinzuzufügen, brauche ich ein Team und klicke drauf. Wenn ich keins habe, dann klicke ich hier oben hin, Team beitreten oder erstellen. Und wenn ich einen Code habe und beitreten möchte, klicke ich auch hier oben hin. Also wer einen Code hat, gibt den Code hier ein und ist drin im Team. Und wer ein neues Team erstellen möchte, geht da hin. Team mit Schülern, da mache ich einen Kurs. Team mit Kollegen, üblicherweise ein Mitarbeiterteam. Und dann gebe ich irgendeinen Namen ein, in diesem Fall Test. Im nächsten Schritt fragt, ob ich Mitglieder hinzufügen möchte. Wenn ich jetzt da aber Müller eingeben, also im nächsten Schritt die Folie fehlenden Müller eingeben würde, kommen ganz viele Müllers. Deswegen empfehle ich das mit einem Code zu machen. Also man klickt erst jetzt auf Weiter und dann in der nächsten fehlenden Folie auf Überspringen. Weil man nicht die 30 Schüler einzeln eingeben möchte. Und dann ist man in einem Team. Und ist er erst einmal alleine. Ich muss den Code machen. Ich klicke hier bei, also ich bin auf Allgemein, klicke auf die drei Punkte, damit es weitergeht. Und dann öffnet sich so ein schönes Fenster. Team Einstellungen, also Team Verwalten steht da. Und ich bin mein einziges Mitglied und gehe auf Einstellungen. Und hier habe ich die Möglichkeit einen Code zu generieren. Also draufklicken und diesen Code erstellen. Draufklicken und da ist der Code. Und den kann ich kopieren und kann in meiner Klasse oder meinen Kollegen gehen. Und wenn ich dann den Code nicht mehr brauche, weil alle 30 Schüler oder Kollegen drin sind, kann ich diesen Code auch entfernen. Und dann ist er wieder weg und keiner, der den Code hat, kommt rein. Und dann kommen nochmal 20 neue dazu. Und dann mache ich wieder das Gleiche und wieder einen neuen Code erstellen. Und das kann ich immer hin und her machen. Und dann schaue ich irgendwann nach, welche Mitglieder sind dabei. In meinem Ding bin es immer nur noch ich. Die Leute, die mit dem Code reinkommen, also der Müller, der ist erst einmal hier unten unter Gäste. Und also Mitglied oder, nee, nicht Gast, sondern Mitglied. Und dann klickt man so wie hier, klickt man drauf und kann ihn, wenn er ein Lehrer ist, zum Besitzer machen. Oder wenn er ein Schüler ist, dann kann ich den auch da unten lassen als Mitglied. Und bei den, ich kann mich hier selber nicht löschen, ist auch sinnvoll. Aber bei den Schülern gibt es hier hinten so ein X. Also wenn einer da drin ist, der nicht mehr in meinem Team sein soll, dann kann ich den hier hinten auch rauslöschen. Und mehr ist eigentlich nicht dabei.